Heute mal wieder ein gelungener Sprühtag. Die haben förmliche Überstunden gemacht. Da kommt gerade wieder so ein Kamerad. Wir sind halt ein bisschen schwer zu filmen. Aber man sieht ja was da abgeht. Dann haut ihr mal rein. Bleibt gesund. Guckt öfters mal hoch. Das ist fast jeden Tag der Dreck.